ja bei mir wahrscheinlich erst mal fünf jahre haben die habe ich jetzt nicht genommen aber ich habe jetzt nicht schnell gefunden und bevor jetzt jemand später wird euch dann wechselt welche ist denn das welche maincraft ich glaube die kann ich nicht die kann ja auch nicht siehst du da haben wir auch noch gleichen mehrwert und können wir schön die landschaft betrachten ich habe so angst schon wieder irgendwo runter zu fallen ja man habt ihr das auch so man kann kisten aufmachen ist wirklich nur hier oder kann man auch hoch übrigens was ich gerne mal kurz sagen würden würde für hier zukommen falls wenn man mehr spiele haben sollten es gibt eine t waffe dadurch kann man einen innocent zum trader machen aber wenn wir drei trade haben dann würde ich sagen diese waffe ist da nicht erlaubt ja aktuell deswegen also von drei auf drei jahre oder nicht runter also zwei wenn zwei trete ist dass die waffe benutzen aber wenn wir drei hätten dann nein leute ich habe jetzt ist das hier nicht nur eine mine oder kommen wir irgendwie noch höher ich habe mich eingesperrt leute ich komme nicht mehr und sie müssten nicht aus dem knast raus lassen ja es gibt doch eine kann mich immer das kann ich erst noch hin ja wenn wir jetzt ja komm raus kommt warte warte kommen aus kommers raus raus ist es bei mir krieg ist es bei mir nicht erst mich umbringen ich habe nicht das jetzt wieder dazukommen alter luchs da eben ist im täterraum sicher dann mach nochmal auf wie man wie mache ich das denn auch jeder knopf das hat ok 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 gut ich belasse es mal dabei ich habe die resa und der lord direkt vor mir und explodiert mit einer richtigen bazooka geschossen und hab sie spieler entlassen aus dem knast raus dass wir hey lass dich raus also ich muss sagen ich bin irgendwie nicht so geil hallo drück doch auf die knopf durch die welt drück auf den knopf ja ich würde durch die welt drücken und kill dich selbst ich mach da ich nur gleich weiter ich bin detective cool eigentlich müsste man theresa jetzt aus prinzip umringen bestehen CAM also nee nicht das mit dem töten sondern ich bin auf jeden fall safe hängst du mir ich bin detective upsi das ist nur mal eine gute wachen man kann ihn hier nicht kontrollieren aber bis der kurveste ich hab die cat gun dreh dich um schon wieder der spray von mir ok bei mir ist luchs ich bleibe bei dir ok ok luchs bleibt bei mir ja 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 hey theresa das ist hässlich also bei mir ist und luchs dahinter ist meine schwester maurin detective hallo war das wert ob ich eine bombe geworfen also nicht schön ich habe eine healing station aufgebaut bei mir ich wurde vergiftet ich wurde verwendet deine taschenlampe hier an die andere ich habe hier was zum heilen für dich ich bin hier kennst du den weg zurück man kann dadurch die kleidung durchsehen ich kann ich konfirm übrigens wie zeigt meine schwester ich habe bei dem marker läuft nicht so ich habe kriss weggemacht ja und ich bin detektiv also mehr ich will nichts machen ja das wollte ich habe ich habe die traiter war ich habe die traiter war für monatik kommt man nicht mehr raus dann aus ich habe es ist ja jetzt nur der eine traiter tut oder haben wir auch noch andere leute von wo ist der traitor das weiß ich nicht wir müssen ja dann ist die resa wieder der traiter selbst eingesperrt passt doch die ist da hinten ist ein knopf erfahrung ist der neta ich habe ihn immer noch nicht gefunden ich habe den schon mal so wo ist denn hier der meter ich kenne die web tatsächlich nicht ich habe vor ewigkeiten mal drauf gespielt aber das ist nun und 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 ich aus dem also ich bin jetzt hier irgendwo und so gefunden weg aber mir ist es der rosa ks auch direkt wird geschossen ich weiß ich habe ich schon weg der lachen gerade hat es einfach verraten so ich bin einfach im gefängnis gespawnt ich komme hier nicht raus das glaube ich dir nicht mehr auch dieses noch ja gerne das ist wie der holzkopf von t dreh ich um dreh ich um ja also ich bin schon wieder nur ein bisschen die thomas bitte wo bist du ja ja dann die hölle ne helle helle alles kalt ich kann jetzt schnell wegen die hölle man jetzt hat auch hier Theresa zu sprayen es erfrieren wo bin ich gespray das ist wahnsinn da hätte ich wieder jemand gespray umschluss du nie gefehlen Theresa komm her guck an sie meinen Namen schon auf dem sondermüll ich bin so froh dass karneval vorbei ist ja ist echt so dass wir die leber wieder wer 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 hat nichts gemacht ich habe bloß gedacht da will sich jemand in die luft gegangen hier eine frage ich habe vorhin im twitter shop gar nicht gesehen dass es eine selbstmord also die hat gibt geben jetzt eine granate geworfen das war eine smoke granate kannst du auch nicht mit menschen menschen werfen richtig zu sein ich sage mal so die chance dass marvin ist es jetzt schon hören also du warst jetzt schon länger da eben gerade doch trainer also ich sag so viel aber es war so eine hallo ich bin theresa hallo also könnte einfach auf die habe ich ein bisschen angst lux immer von mir weg hier ich vertraue dir nicht ich habe das hör auf granaten zu schmeißen ist die ganze nazi jeder luxus longos wenn sonst laufen die karte kriegt der weniger kammer und dann ja was hast du in der hand theresa das brot theresa ist tot ok das ist gut wie sie war traiter wie immer ja ich glaube das streamer bonus ohne scheiß oder ich habe bitte angefordert aber ich weiß nicht ob er lebt das geht du bist eine hübsche hätte kann ich da sein bonus für die für die streamer das muss das muss bei biete gewesen sein ich glaube er ist erlädt ich glaube ich habe nachgeladen nachgeladen jetzt war vorhin auch so schon so mysteriös unterwegs die ganze zeit in der ecke und komplex also ich glaube das ist bietig ist ja glaube ich war der einzige ich habe die ich bin ja ok du lebst noch ist also kann ja er hat ja auch nie jemand mit faker sein können weiß also mit hier kostümen ist geyser genau aber dann hätte man ja auch gleichzeitig den skin wechseln müssen das ist ja viel zu viel arbeit das weiß ich ja nicht aber chris kommen mit zum t zur teeliche so die teeliche liegt da wo ich da wo die trupplatte ist also ich habe also ich habe den traiter eigentlich also die teeliche habe ich eigentlich dass sie identifiziert habe weil das ist hier kannst du untersuchen hast du punkt kriegst du punkte der darfst so lange nicht ausgeflogen ist aufgeflogen ist eine beste zeit um nein bisher alle getreten ich kann mich gerne umbringen aber dann wird das stehen inno sen ihr verliert karma und es gibt bannhammer von mir kapi also letzteres so kapi aber ich ziehe mir jetzt erstmal eine jacke an weil mir fucking kite meinem eigenen zimmer ist so ich lebe noch hallo wir sind da jetzt wieder gejointed der mexle das ist gut ich habe alles und sonst kann ich alle ab die nicht die sich jetzt nicht melden also ich lebe noch ich auch okay alle außer alle außer empire wird abgeknallt alles klar max wie heißt du ins team der rest hat sich nicht gemeldet als lebend ich hab mich nicht mehr kann gar nicht sein du hast mich blockiert selbst du bist abgehoben und hast mich gelöscht es kann sein christi lebst du noch ich weiß es nicht ich habe sie nur tot gefunden oder weil theresa die ganze zeit redet ist war es nur eine fake gleiche und sie hockt hier irgendwo eine ecke ich bin dann raus aus dem fucking meter jungen da ich bin dann schuldig warte war man kann eine crowbar droppen ja weil er mich geendkraft hat so das sind die langweilenden t ist er kannst du mal kannst du ihn mal kannst du auch mal entkaufen bitte ich bin nicht mehr aus dem meter rausgekommen alter ich habe den ausgang verloren ist eine scheiße das collection speichern oder land das weiß wirklich low sagen kann sein dass ich über jetzt geht es nicht werden habe und dann kannst du nicht weil ich mir noch mal die verlauf mich so eine scheiß map map wechseln ja mit wechseln ja ja machen wir 60 von 63 macht mir das ist ja und der kacke ist mich die fox hier kannst du den skin wechseln vielleicht max und du musst ins team das runterladen also diese addons enden und ganz unten in der liste sind noch drei packages vier also es ist noch ein zweiteres versteckt leute wie macht man noch mal das player model change f10 und dann player schon wieder enorm wie langweilig kann das jemand mal bitte in chat reinschreiben dass ich raus ich schreibe ich schreibe es in einer dm aber wenigstens theresa kann traiter ist doch schön ich war gerade kurz afk weil ich bieter geschrieben habe ich habe mal ibi ja ja ich bin ich bin unschuldig bin auch afk gekillt vor aber so nach oben ich habe ich habe eigentlich gemacht ich schon aber ich weiß nicht was ich da machen das ist keine meinschaft mit nein wir sind nicht 63 wort mit 63 okay war der wort map 63 was ist 63 innocent motel innocent motel also unter is das ja ja kann man schreiben mit y was soll ich jetzt machen board map einfach board map 63 also bei mir ging es steht da zwei von drei einer muss man machen dann kann man werden dann geht es weg ich glaube die runde noch zu spülen nein ok spieler 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 gewesen und schon drei weggemacht ich habe nämlich gerade sagen alter wenn man das fertig spielen will gibt es da aber aus prinzip egal ob er nicht ja davon abgesehen war kein traiter doch war er war einfach nur krass alle weg also ich bin in dir drin der charakter schielt ein bisschen die einzige map die ich kenne in der ersten data raum gibt ich bin oben am dach ich bin dach kind ich muss erst mal die map hier auschecken wo das ist alles war die wand hier und die fleiß es ist ja manche wände was richtig mich hat irgendwas teleportiert hatte ja dieses komische portal ist das zum aufmachen wieso bin ich jetzt hier gefangen jetzt ist das war ich habe ich drücken da kommt man nur ein wo bist du die ganze zeit diese portal hat ja ich wollte hier eingeschubst ich vertraue dir nicht ich vertraue dir auch nicht ich bin hier irgendwo im keller gelandet ich will wieder nach oben müssen das hier steht das auch mal wieder hoch ich bin der shooter king ich weiß was man kann in die fahrstühle rein jetzt ja habe ich auch gesehen ich werde ja mit nach oben gefahren aber pang 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 leuten die es wäre sind erfahren ich wusste ich wusste es deswegen war teresa du warst echt im traiter shop ne wie wir da drin waren oder warst du das mit der portal gang ja warum teleportierst du mich junge ja das war's mit marvin das war ein bisschen assi was habe ich sehen ja jemanden und hört me ja weil alter falsches passwort der konferenz ist das neue server das heißt report des gibt ein panzer warte 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 ist voxy gaming sass da gibt es nur einen server kann ich nicht gesorgt bin der grube schaue ja fast passwort was ist das lecker so энdi Guys die map ist so riesig ich finde einfach niemanden ich hab's ich hab's ich fühle ich eine leiche ich habe jemanden geschossen ist im klo da ist jemand wer dafür ich schreibe ein addon wo wir therese ein spiel bringen das huhn das huhn in dem klo in dem klo ist einer in dem klo ist einer ich weiß nicht wer das ist ich hab den namen nicht gesehen chris ist tot den habe ich hier war nochmal die deck von dreckiger hund alter du bist so viel schaden hat ich bekomme diese scheiß wird nicht gedacht das war so das war so witzig dass in den tod geflogen bin ich bin immer über konzentriert ist egal in welchem wort laut ich nein sage ich war nicht im shop ist immer träger ist es dann bist du wirklich ich bin die texte hier kannst du reingehen und dann da kommst du rein als detektiv rein ich kann nicht durchlaufen ja ich weiß nicht ob ich verarschen soll ich jetzt vertrauen ich da das ist nicht der trägeraum ich war von dem twitter und der frauen der raum der lisa hat mich geschossen wer hat auf mich geschossen hast du schaden ist das schießt der panzer hat lux gekillt panzer hat lux gekillt alter panzer hat lux gekillt jetzt hier und da ist alles hier in der dusche hier in der dusche da bin ich jetzt alleine hier ich komme dich holen ich weiß ja nicht wo er ist aber ich nehme es die teresa mit krise hat mich geschossen du mal bis ich komme nicht holen wie möchten sie im keller zum keller ist sogar du kannst nicht blocken und das bedeutet dass du keinen schaden nimmst im keller gibt es übrigens ein teeter bis es gibt einen tester du hast zwei kabinen in die kabine musste man dreien und dann ist auch die person im gleichen sind aber nicht das war gerade weil ich habe dich mit der poison gun angeschossen ich habe allerdings weggemacht mit seinem schwert genau gekillt wie ich ihn angeschossen arbeiter sind ja das beste war ja immer noch die theresa so sagt schon wieder detektiv alter werden jetzt zum beispiel sind wir beide jetzt t was du dafür bist und ich dich jetzt einfach tötet dann musst du mir eins abgeben da musst du mir ein blauen also ich habe ja ja ich kann wasser also teresa ist auf jeden fall ich könnte mal dna check machen muss ich aber nicht also können wir müssen die mitnehmen wir müssen die leiche verschwinden lassen sonst kann der andere ausgekriegt ich habe ja auch kein kill oder was meinst du doch wenn du leicht untersucht von dem t der kann der könnte drin sein ne habe ich nicht warte mal hier ist die leute ich habe ihn ich habe ich habe schon ich möchte mich für den bc schocken ok jetzt ja theresa war es nicht wo ist mein sub wo ist mein autogramm ich habe mal geschossen ich habe auf dem t geschossen und deswegen musste ich eigentlich dass er kein t ist und die waren die einzigen drei müssen noch übrig sind ja man so gut die schlussfolgerung ja klug ja die ganzen leute noch nicht nur ist ein bisschen schwierig noch ja man muss ja nicht auch ein bisschen öfter schreiben spielen dann checkt man das schon aber ein mensch voller sonnenschein und liebe ich habe bietig zwangs verheiratet mit meiner schwester na klar diese 18 ich schwöre wenn die von mir nichts mehr das ist chris aber ich glaube man kann da ist jemand tot ich hänge irgendwie fest aber da ist die theresa empire ja wo denn man kann man noch auf der legale laufen im tisch jetzt gibt mir irgendwas dafür wenigstens dass ich die jetzt nicht abkomme ist hier ja weil theresa fängt ja mit t an t deswegen ist sie so oft trader voxie kriegt hatte 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 1 von 1 thomas thomas a Remikius warte быть warte warte was passiert das ist das glück gefixt hitbox war das sorgt dafür dass thomas nicht mehr breiter ist also aussieht das war echt assi davor also davor war das schon optimal davor ja ja ich kann ihr kommt jetzt ja ich brauche zwei bodyguards machen ich brauche eine ordentliche waffe jetzt warte teresa wie alt bist du 26 teresa 26 stick auf dicke thomas alter das ist die detektive war für die ist gut richtig sagen sie ist echt gut ja aber ich finde den dt raum nicht das ist eher das problem darfst du das wo ist das wieso ein energiefeld quasi das hier drüben oder genau das hier mein ohr juckt herr wieso bist du jetzt auch hier der rät war geworfen geworfen ist super und ich bin drunter gefallen ich habe gerät ich habe die resa ist sie echt wie der traitor ich bin in einen werberaum geflogen saksa gerade noch nicht ich habe die schildkriter steht für teresa tv hat es ist christ es ist christ ks ich finde das so war ja wie oft alle so ich bin drunter ich bin drunter und ich bin drunter ich bin drunter k Vielen Dank.